Christa! Christa, ich bin's, komm raus! Ich komm gleich raus. Und da gibt's was auf die Birne. Lassen Sie Christa gehen. Sie können sich doch nicht einfach einsperren. Machen Sie die Tür auf! Dreck wär ich tun. Christa! Christa hat nicht das Recht, dich festzuhalten. Lass dir das nicht gefallen. Komm raus! Schrei hier nicht rum! Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde, aber schnell. Ich will Christa sehen. Wo ist sie? Ich will sie sprechen. Ich ist für dich nicht zu sprechen. Das muss ich mir schon selbst sagen. Das ist Freiheitsberaubung, was sie da machen. Du meinst? Lassen Sie auf, Münch. Sie sind jetzt allein. Der Schuss da hat andere Sorgen. Mach dich nicht lächerlich. Ich brauch doch Schuster nicht. Nicht für so einen wie du's bist. Du bleibst hier. Komm, Christa, komm. Lass mich los, Kapka. Und wenn du jetzt weg bist, kannst du nicht mehr wieder zu kommen. Das geht ja auch nicht. Komm. Komm. Das geht nicht. Also, ich bin jetzt. Ich bin jetzt.